Herzlich Willkommen. In der mittlerweile über 150 Jahre während der Familientradition darf ich momentan Meister und Geschäftsführer unseres Handwerksbetriebes sein. Wir sind eine klassische Tischlerei, die Handwerkstradition durch exklusiven Möbelbau und stilsicheren Innenausbau von Läden und Wohnungen lebt. Das Thema Sicherheit liegt uns am Herzen, das heißt, dass wir Ihnen optimalen Einbruchsschutz bieten. Daher werden wir auch vom Hamburger LKA und der schleswig-holsteinischen Polizei empfohlen, wenn es um mechanische Sicherheitseinrichtungen für Ihre Räumlichkeiten geht. Falls Sie Fragen oder Interesse an unseren Dienstleistungen haben, nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf.